Wir waren eigentlich gut im Spiel von Beginn an, haben schon vor dem Tor, was wir durch die gute Flanke erzwungen haben, auch schon ein, zwei gute Angriffe gehabt, im Ballbesitz sehr gut gewesen. Wir haben da wirklich sehr kontrolliert gespielt und dann mit dem Fehler von Ehle, der dann das Tor quasi auflegt, haben wir total den Faden verloren, haben den Rhythmus verloren, diese Mischung zwischen Ballbesitz und vielleicht lange Bälle zusammen kompakt mal drüber spielen, die wir uns vorgenommen haben, war dann über den Haufen geworfen. Wien-Wiesbaden hat sehr viel Druck gemacht, auch in der Phase hat man gemerkt, dass wir dieses Stehvermögen noch nicht haben in diesen Tempophasen, dass wir wirklich Zeit gebraucht haben, haben in dieser Phase auch Glück, nachdem Wien-Wiesbaden zwei Tore gemacht hat, hätte auch mit Sicherheit, so wie Rüder gesagt hat, auch gerne noch ein Tor mehr fallen können. Und in dieser Situation haben wir mit Sicherheit Glück gehabt. Wir haben dann taktisch umgestellt in der zweiten Halbzeit, um andere Räume zu verteidigen, um andere Räume anzubieten und um selber erstmal besser zu stehen. In diesem Schlagabtausch waren die Räume für uns zu groß, die können wir im Moment in unserer Verfassung nicht bespielen und haben dann einfach Probleme gehabt. Und deswegen haben wir uns entschieden, taktisch umzustellen. Dadurch war der Zugriff auf jeden Fall besser. Wir haben nicht mehr so viel zugelassen, haben nach vorne immer mal wieder für eine Lastung gesorgt, haben das Spiel ein bisschen mehr in den Griff bekommen und hatten schon das Gefühl, in der Halbzeit, nach dem Tor von Schmidi dann auch kurz vor der Halbzeit, das war wirklich für uns nochmal so ein Gefühl, wenn du das überstehst und so eine Druckphase überstehst, dann kannst du das auch gewinnen. Wir haben da schon das Gefühl gehabt in der Kabine, egal. Und wenn Wiesbaden den Tick besser ist, weil wir einfach wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was uns noch fehlt, hat man das Gefühl, wir bleiben hier gefährlich, wir können hier ein Tor machen. Und das hat dann natürlich Simon, der bis dahin, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht hat. Der hat schon deutlich bessere Spiele für uns gemacht. Hat er dann bewiesen, was er für ein Torjäger ist, dann kurz vor Schluss dann auch wirklich so abzuschließen und für uns natürlich immens wichtig zu zeigen, dass wir leben, dass wir dran sind, dass wir darum fighten, egal wie es um uns steht, dass wir nicht aufgeben. Wir haben noch zwei Spiele in Hinterhand, mit denen wir auch noch aufholen können und dass wir auch einen Weg heute gesehen haben, wie wir so Spiele bestreiten können, dass nicht alles perfekt sein muss, dass vielleicht auch mal was entgleitet, aber man sich das wiederholen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, für den Rest der Saison für uns heute wirklich so ein Schlüsselmoment gewesen. Ja, das ist natürlich extrem bitter für uns und Glückwünsche müssen wir nach Dresden schicken. Ich glaube, wir haben ein Spiel abgeliefert, mit dem wir im Endeffekt leben können, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Aber das Ergebnis ist natürlich katastrophal für uns. Wir hatten einen Rückschlag direkt am Anfang mit diesem Eigentor, was natürlich sehr, sehr ärgerlich war, wo wir aber überhaupt uns nicht anmerken haben lassen, dass es uns schockt, sondern wo wir sofort die Ärmel hochgekrempelt haben, versucht haben, dagegen zu halten, versucht haben, den Gegner in Bewegung zu bringen, unsere Situationen zu erspielen. Und das ist uns gelungen, haben dann den Ausgleich gemacht, kurz danach das 2-1, haben das Spiel gedreht, haben alles unter Kontrolle, müssen unbedingt das nächste Tor nachlegen. Das haben wir nicht geschafft und den Vorwurf müssen wir uns machen. Trotz unserer zahlreichen Chancen, die wir hatten, war natürlich auch ein extrem guter Torhüter auf der anderen Seite im Tor, der die Dresden im Spiel gehalten hat. Und dann haben wir den Gegner noch mal kurz vor der Halbzeit aufgebaut, indem wir ihm den Ausgleich gegeben haben. Aber auch eine sehr schöne Aktion, muss man sagen, mit Patrick Schmitter in den Kopfball reingeht, auf der Flanke von Löwe und trifft dann das lange Eck. Sicherlich sehr, sehr unerwartet für den Verlauf der ersten Halbzeit, aber so ist Fußball und das Ergebnis zählt am Ende. Und nicht, ob ich mehr Torchancen, mehr Flanken, mehr Ecken oder Ballbesitz habe, sondern das Ergebnis. Und das war nun mal zur Halbzeit 2-2. Und wir waren damit natürlich nicht zufrieden, weil wir eigentlich eine bessere Leistung gebracht haben. Wir mussten uns dann im Endeffekt in der zweiten Halbzeit wieder versuchen, den Kopf wieder frei zu kriegen, wieder aufzurichten, um in der zweiten Halbzeit dann weiter Druck zu machen. Das ist uns auch wieder gelungen. Wir hatten wieder zahlreiche Torchancen, die wir hätten nutzen müssen. Und wie gesagt, diesen Vorwurf müssen wir uns machen, dass wir das heute nicht getan haben. Und dann kam der Lucky Punch am Ende und der Knockout. Und das tut uns natürlich extrem weh. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir genau so weitermachen, was die Leistung angeht. Aber wir müssen eben effizienter vor dem Tor sowohl in der eine als auch in die andere Richtung werden. Und dann haben wir auch Chancen in dieser Liga, ein Spiel zu gewinnen. Wenn wir das nicht werden, dann haben wir keine Chance in dieser Liga, diese Spiele zu gewinnen. Und das war jetzt nicht das erste Mal, sondern es ist schon mehrfach vorgekommen. Und da müssen wir uns eben gucken, dass wir uns stabilisieren, um wirklich auch am Ende dieses Ziel, was wir haben, das ist die Klasse zu erhalten, zu schaffen. Aber den Kopf werden wir nicht in den Sand stecken. Wir werden nicht aufgeben. Wir halten immer zusammen. Wir werden dieses Ding versuchen bis zum Schluss zu meistern. Und wir werden versuchen natürlich auch die Köpfe wieder hochzunehmen ab Montag und uns auf das Spiel in Kiel vorzubereiten. Was sicherlich kein Einfaches wird. Aber mit der Leistung von heute haben wir da sicherlich auch eine Chance. Wir werden uns auf dem Kiel vorzunehmen.